Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Nicht erschrecken, heute bin ich es persönlich und ich freue mich, Sie heute Abend zu einer ganz besonderen Traditionsveranstaltung begrüßen zu können. Übrigens haben Sie einen herzlichen Applaus für Frankfurt in Mode, Ausgabe Nummer 17 und wir starten mit der Bademode vom Schönheitsinstitut Svetlana Baldauf. Untertitelung. BR 2018 Achtung, Achtung, liebe Tanzfahrer, ein Geistertänzer freutzt Ihren Weg. Bitte halten Sie... Untertitelung. BR 2018 Auch geschenkt vom Team des Schönheitsinstituts Svetlana Baldauf mit den aktuellen Farben im Frühlings-Sommer-Look von Kirchberger und Ewa Garten. Es ist ganzheitskosmetik und das bedeutet für das Team Svetlana Baldauf Schaffung des Gleichgewichtes von Körper, Geist und Seele. Und übrigens, Sie wissen ja, Sie finden das Schönheitsinstitut von Svetlana Baldauf natürlich direkt an der Ola im Ärztehaus Uferstraße 3. Und da überzeugen Sie sich am besten vom mannigfaltigen Behandlungsangebot in Verbindung mit den renommierten internationalen Spitzenprodukten, das Wohlbefinden der zufriedenen Kunden. Ja, und dazu natürlich auch die tolle Bademode. Ja, und dazu auch die Musik. Und nach guter Tradition unserer Veranstaltung Frankfurt Untertitelung. BR 2018 Ich möchte auch einiges zum Schönheitsinstitut Svetlana Balldorf sagen, denn neben hochwertiger Pflege von Gesicht und Körper bietet der Wellnessbereich neben Ayurveda, Wannen und Dampfbädern die passenden Massagen, herrlich entspannend und vor allen Dingen gut für Körper und Geist, denn es ist exklusive fernflöstliche Hot-Stone und Spezialmassage der Pariser Kosmetikhäuser Bayot und Gino. Dazu wird Ihnen auch Fingernägelmodulage mit Naturgel der Firma Alessandro gebunden. Das ist übrigens auch die Spezialität des Nagelstudios. Ja und die dekorative Kosmetik erleben Sie dann als krönenden Abschluss jeder umfassenden Behandlung und Sie sind dann neu geboren. Das ist übrigens auch die Spezialität des Nagelstudios. Geist, du kennenzulierst. Das ist noch ein Tipp vom Schönheitsinstitut Svendlala-Baldorf für Sie. Sie können natürlich auch, wenn Sie sagen, die Mode gefällt mir sehr gut, die möchte ich zum Beispiel auch jemandem zukommen lassen oder vielleicht auch eine der vielen Wellness- und Gesundheitsbehandlungen. Erwerben Sie doch einfach mal Geschenkkutscheine. Und die sind für vielseitige Behandlungspalette und für die exklusiven Waren ausgestellt. Und neben Badegrude, das darf ich ruhig sagen, gibt es auch ein reichhaltiges Angebot an Lessous für eine französische Marken. Ich sage nur Lise Chamel, Je Suis und so weiter. Überzeugen Sie sich. Ich sage nur Lise Chamel, Je Suis und so weiter. Ich sage nur Lise Chamel, Je Suis und so weiter. Ich sage nur Lise Chamel, Je Suis und so weiter. wow Ja, wir sind immer noch beim Schönheitsinstitut Zvetlana Baldauf Und ich bitte Sie aber schon mal an dieser Schwesterin von Figaro verraten Und übrigens, Figaro gibt es ja neunmal in Frankfurt und Umgebung Und Figaro, wissen Sie auch, richtet alljährlich den Ruderland-Pokal aus Lehrlinge kämpfen um die Pokale gemeinsam mit der Handwerkskammer Ja, und Friseurhandwerk ist ein sehr interessanter Beruf Und jedes Jahr wird auch beim Friseurhandwerk einiges Neues kreiert Und in diesem Jahr sehen wir jetzt die aktuelle Frühjahrs- und Sommertrendkollektion Was es damit genau auf sich hat, warum die so, ich sag mal, so vielfältig ist Das werden wir nachher noch erleben Wir haben was ganz Besonderes für Sie vorbereitet, für die Friseur Also ich glaube, jetzt haben Sie mal wieder Lust bekommen, das Schönheitsinstitut Zvetlana Baldauf zu besuchen Sie finden es direkt an der Oder im Ärztehaus der Uferstraße 3 Und dann sehen wir die Körner Mal zu zeigen, wie sowas im Handumdrehen geht, aus langem Haar und kurze Haar zu machen, meine Damen Sie werden staunen Ich übrigens auch, ich hab's vorher noch nicht gesehen, lasst mich jetzt total überraschen Komisch ist nur, aus kurzem Rahmen geht nicht so schnell lange Haare zu machen, sie stimmen mir zu, ne? Ja, aber jetzt geht's ganz fix Übrigens auch ein Trend-Highlight Körner So, jetzt schauen wir mal dahin. Ich gucke mal auf meine Uhr. 4 Minuten und 45 Sekunden hat es gedauert. Es ist aus einer langen Haarfrisur, eine Kurzhaarfrisur geworden. Ich glaube, das ist ein großer Applaus wert für unsere Friseurmeisterin. Und ohne Schere. So, da kommt dann der junge Mann, der dazugehört. Und jetzt schaue ich mal, er strahlt. Ja, so muss es sein. 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 Outfit. Und jetzt auch Lust und Glaube bekommen haben, noch einen großen Applaus zu stecken für und wir sind noch lange nicht am Ende. Die Party geht jetzt richtig los. Jetzt soll eigentlich gefeiert werden. Ich hoffe, Sie bleiben auch mal dabei. Ich verspreche eins. 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 Ich verspreche eins.